Warte, warte, sind wir schon? Die Klingeln können wir ja vorher schauen. Ja, 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 das klingt auch noch Plastik. 235. 235, okay. Sind wir schon? Ja, ja. Okay, ja, Prost, die Herren. Prost. Charleston Strange, ein Mr. Norrell. Prost. Und willkommen beim Biertaucher-Podcast 235. Es begrüßt Sie heute als einziger mit einem Bier in der Hand, Horst. Mhm, Gregor. Mit einem Ayran. Mit einem Ayran, ja, ja. Ich mit einem Tee, Schwarztee mit Zitrone, der Dennis. Und der Stefan, auch mit einem Ayran. Ah, genau, das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von wukonek.com, der Internetagentur aus Österreich, von Jörg. Und vielen Dank an dieser Stelle. Auch vielen Dank an unsere Flatterer, Ayubo und Bernd Schlappsee. Und extra Danke an Ayubo dafür, dass er getwittert hat, dass der Flatter derzeit nicht funktioniert, aber er hat sozusagen ausgedrückt, dass er uns trotzdem flattern will. Finde ich voll super. Mhm. Du wirst, Stefan, du wirst eh erzählen zum Thema Flatter. Ich habe in einem anderen Podcast sowas gehört und dabei will ich berichten. Okay, dann sind wir schon bei der Verlesung der Themenliste und wir haben Feedback, ne? Wir haben diesmal Feedback, ja, genau, von unserem treuen Hörer, dem Andreas. Das werden wir dann gleich... Machen wir es gleich als erstes Thema dann. Ja, genau, ich kann es ja schon mal anteasern, oder? Teaserst du es gleich an, ja? Er hat uns ein Posting geschrieben über das Thema Finanzierung von Softwareprojekten. Und, ja, wir werden das Posting einfach verlesen und darüber diskutieren. Solltest du eh nicht einmal eine Vorlesung? Ja, genau, eine kleine, eine kleine Podcast. Nein, ich finde das super, weil ich habe ja gefragt gehabt, was die Hörer dazu sagen zu dem Thema. Ich habe gefragt dazu und jetzt kriege ich gleich eine Antwort. Ich finde das super. Seit du da bist, Stefan, wir kriegen ja Feedback. Wahnsinn. Okay. Ja, dann, was habt ihr erlebt, worüber ihr reden werden wollt? Ja, ich war noch immer so lange und oft im Theater. Du schuldest uns noch sieben Theaterstücke. Ja, richtig, da gibt es ja einiges. Ich könnte auch mal wieder über ein Computerspiel reden, nämlich Remember Me. Das liegt auch schon seit Längerem herum. Aber was mir am Herzen liegt, ist ein bisschen Weihnachtscontent, nämlich eine Miniserie der BBC namens Jonathan Strange and Mr. Noraddle. Ja, das war so ein Kunde. Ich habe den ganzen Tag irgendwie gelernt und programmiert. Ich mache heute kein Programmieren-Krams, sondern ich mache heute nur nettere Geschichten, also so schöne Lebenssachen. Drei von uns waren beim Podcasting-Meetup, da können wir ein bisschen darüber erzählen. Dann habe ich mal angeschaut, wie das aussieht, wenn man einen Tintenstrahldrucker kauft, dann sind die ja oft überraschend billig und man zahlt dafür dann Länge mal Breite mal Höhe für die Tintenpatronen. Mich hat interessiert, wie dieses Preismodell genauer aussieht. Da kann ich ein bisschen was dazu erzählen. Ja, und bei mir zu Hause klickt es jetzt. Ich habe jetzt eine andere Tastatur. Ah. Ja, vielleicht auch noch ein Spiel, ein kleines Spiel. Ja, ich kann erzählen, ich habe schöner gelebt. Ich war im Kino und habe mir Irrational Man von Woody Allen angeschaut. Dann war ich am Podcast treffen. Und so zum Thema, wie soll ich sagen, anders leben oder anders Geld verdienen. Ich kann euch erzählen über einen Freund von mir, der einen sehr interessanten Beruf hat, der begleitet Gepäck professionell. Und sonst auf ein Blogposting verweisen, Arabic Programming Languages. Ach, das ist von dir und nicht von dir. Ah, okay, interessant. Ja, hätte ich das gewusst, dass du keine Programmierträume mitgebracht hast, hättest mich da wegen ein bisschen vorbereitet. Stattdessen habe ich nochmal was zu CAS, SSL, Podcast Meeting, naja, ja, ein bisschen vielleicht. Noch ein bisschen Let's Encrypt, aber weniger Ranten. Dann ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Und es fällt weder in die Kategorie nerdig noch schöner leben, sondern eher in, ja, schmutziger leben, sich ärgern. Da gibt es eine schöne Rubriksnamen von einem anderen Podcast entlehnt, nämlich den drei Vorgonen, die nennen das den Marvin des Monats. Ach so. Ah, ja, ich will sagen. Beinhalter durch die Galaxis. Jetzt eigentlich nicht, das ist so ein, ja doch eigentlich Marvinistisch das Thema. Marvinistisch. Ja, das ist gut. Und worüber möchtest du jammern? Aufklärung. Und das Thema Aufklärung. Ja, und zwar in dem Sinne, dass sie fehlt und nicht zu viel da ist. Alle, alle, die darauf anwenden, die Zustimmung. Und dann hätte ich noch etwas zum Thema schöner leben, wieder zur Aufheiterung. Vielleicht lassen wir die Aufklärung dann ganz zum Schluss, damit die Hörer so richtig deprimiert aus dem Thema wieder rauskommen. Wie es bei den Simpsons so schön warst. Erstmal bauen wir euch ab, dann bauen wir euch wieder auf, dann beleiden wir euch wieder, dann bauen wir euch wieder auf und wenn wir, dann beleiden wir euch wieder und wenn wir dann noch Zeit haben, bauen wir euch nochmal auf. Was ist dein letzter Punkt? Ich war ja bei einem Chor und die singen nochmal dieses Wochenende. Also mal über Chorsingen sozusagen. Ja, oder sagen wir mal, es ist nur ein Thema. Oder ich fasse das unter Themen, äh, Quatsch, unter Termine. Termine, genau. Ja, die sollten wir, haben wir dringende Termine, über die wir reden müssen? Irgendwelche Aufrufe? Morgen, das wird sich nicht ausgehen, ist Hobbs Python User Group. Haben wir das letzte Mal, glaube ich, schon. Ja, aber der Podcast wird erst am Freitag online sein. Also das geht sich dann meistens nicht aus. Für alle, die noch asozialer Nerven als wir, es ist dann Weihnachten. Also da muss man so eine Familie treffen und so. Der 24. oder der Zwischste, oder? Ja, da habe ich halt das machen müssen. Ich muss in der Arbeit, bin ich dazu verpflichtet, wegen Freiraumbüro, Radio zu hören. Da habe ich nur von jemandem irgendwie kurz den Spruch gehört. Da sieht man die Familie einmal so selten und dann fangen sie noch an zu singen. Tja. Das ist gut. Dann Frisch und Swirk. Ja. Ah ja, dann steigen wir gleich ins erste Thema ein. Die Feedback-Vorlesung. Ja, leider Steff. Termin? Ja, hast du Termin jetzt? Ja, ja. Und zwar, er spricht. Also ja, genau. Chorus Delicti ist ein Chor. Meine Freundin singt dort. Und deswegen war ich dann auch dort. Und ich finde, die singen gar nicht mehr so schlecht. Eine chinesische Chorleiterin ist das. Und ich suche gerade heraus. Ich höre heute ein bisschen langsamer. Kannst du den Namen nochmal sagen von dem Chor? Chorus Delicti. Danke. Chorus Delicti. Und das ist jetzt ein Termin zum Mitmachen oder nur zum Passiv sich beschallen lassen? Wir wundern. Weihnachtslieder hören. Ah, okay. Also man geht hin und hört Weihnachtslieder. Genau. Und wie es eigentlich sich so gehört? In der Kirche. Das ist am zweiten, das zweite Adventskonzert ist am Samstag, dem 19. um 20 Uhr in der Pfarrkirche Maria Hilf. In Wien. Ah, das ist bei mir um sechs. Super. Und am 20. Dezember zusätzlich noch, aber nur ein kürzeres Stückchen, in der Otto-Wagner-Kirche im 14. Baumgartnerhöhe. Oh, die ist schön. Ja, die ist echt schön. Die ist eigentlich ein Auto-Kirche. Und das in die Show-Notes dann ein. Ja, super. Mit Link auf deren Homepage. Das ist dann mein Besten. Und ja, der Stefan hat ja das Thema aufgebracht, die Finanzierung von Open-Source-Projekten und ein Hörer hat uns dann... Nämlich irgendein Hörer, sondern der Andreas Zeiser. Der Andreas. Sorry. Nachnamen. Ich habe nicht überlegt. Genau. Und der hat uns geschrieben, Ahoy, Leute. Ich hoffe, ich bin richtig hier, da ich beim Podcast ein wenig hinten bin. Ich wollte mich zu möglichen Finanzierungsmodellen von freier Software äußern. Meiner Meinung nach wäre es das ehrlichste und geschickteste Modell eine Art Crowdsourcing. Ich glaube, Funding ist nur... Entweder man lässt sich einzelne Milestones vorfinanzieren durch User, diverse Firmen, die davon profitieren oder auch die FSF beziehungsweise alle zusammen. Oder man lässt sich einfach die Arbeitszeit ein paar Monate nach vorne versetzt, laufend finanzieren und hört auf, wenn zu wenig eingespielt wird. Auf diese Arten könnte man auch die Finanzierer über diverse Richtungsoptionen entscheiden lassen. Zum Beispiel erst die GUI oder weitere Output-Formate oder so. Diese Art der Finanzierung würde das Problem verhindern, dass die Entwickler nicht für ihre Arbeit bezahlt werden, sondern für ihr Produkt. Was sicher auch ein Grund ist, wieso das Finanzierungsproblem überhaupt besteht und auch für DRM misst. Man könnte die erstgenannte Art mal über Kickstarter versuchen und die zweite zum Beispiel über Patreon. Wenn das Modell Schule macht, könnte vielleicht die FSF oder ähnliches ein eigenes Webportal für freie Software-Crowd-Finanzierung basteln. Aber solche Details sind wohl eher etwas für später. Sorry für den langen Post, aber ich mache mir schon länger über dieses Thema viele Gedanken und freue mich auch, wenn das andere tun. Ja, cool. Interessant. Ich habe übrigens auch drüber nachgedacht. Hauptsächlich aus Faulheit. Zwei Argumente sind bei mir dagegen. Das eine ist Faulheit, nämlich um ein Kickstarter-Projekt zu machen, muss man halt auch ein bisschen Marketing machen, Marketing-Materialien vorbereiten und sich ganz genau überlegen, was man da tut. Das schiebe ich noch ein bisschen vor mich her. Das heißt aber nicht, dass ich es nicht später vielleicht einmal mache. Das andere, was vielleicht auch ganz spannend ist, wie man das Ganze dann buchhalterisch handhaben muss in Österreich, wenn da die Kohle reinkommt. In dem Moment, wo es so ungefähr 700 Euro übersteigt wird, das Ganze steuerpflichtig. Insbesondere, wenn es wirklich ein kommerzielles Produkt wird dann, aber auch sonst schon. Also das ist auch eine Sache, die man sich mal genauer anschauen wird müssen und das wäre wahrscheinlich auch tun, weil es mich wirklich interessiert, wie das in Österreich aussieht. Ja, aber danke für den Input, auf jeden Fall. Ja. Ich kann ja nur von reiner Consumer-Sicht jetzt mal aussprechen, dass ich mir da Gedanken mache, weil ich habe mir überlegt, wo habe ich denn schon überall Kohle reingesteckt und auf welche Weise. Und es gibt schon Projekte, wo so diese interaktive Form, also für Milestones oder Features bezahlen, für mich schon Sinn machen würde, wo es mich auch reizen würde. Also zum Beispiel bei Projekten wie Calibre, wo ich mir denke, so, ja, diese eine Verwaltungsoption für E-Books, das wäre wirklich wunderbar, wenn das jemand für mich programmieren würde. Und andererseits gibt es so viele Software-Projekte, denen ich gerne was zukommen lassen würde. Ah, genau. Den ich gerne was zukommen lassen würde, wo ich mir diese Gedanken aber auch gar nicht machen würde wollen. Einfach, ja, weil ich da auch keine Idee habe, in welche Richtung es gehen sollte, was da so wirklich sinnvoll wäre. Und, also ich habe zum Beispiel ein Software-Projekt, das ich schon mal so 10 Euro rübergeschoben habe, ist LibreOffice. Da hat es einfach über so eine Art Neckling-Link irgendwie funktioniert. Wie gesagt, irgendwie so downloaden kannst du es, aber hier hast du auch eine einfache Möglichkeit, das irgendwie mal zu bespenden. Und weitere Projekte, wo ich so auf einen längeren Zeitplan hingescholten habe, aber das ist dann halt für den Programmierer schwierig, wahrscheinlich genug Geld zu lukrieren, war bei mir wirklich auch Flatter. Also wo ich dann... Du hast Software-Projekte geflattert. Ja, genau. Zum Beispiel Win-SCP, das ist so ein SSH-Copy-Programm unter Windows, was ich oft benutze, oder andere auch Linux-Programme. Ja, und das fand ich eigentlich auch ganz sinnvoll. Ja, wie gesagt, das sind so meine Gedanken von der Finanzierungsanreiz-Situation. Was ich jetzt merke, es haben immer mehr Projekte jetzt einen Patreon-Button. Dieses Patreon, das läuft jetzt auf dem Biertaucher, seit zwei oder drei Folgen funktioniert er jetzt. Also wer uns sozusagen regelmäßig da, so wie Flatter, aber halt ohne Flatter, bemonitieren, beschenken will, kann diesen Patreon-Partner das funktionieren. Das ist ja eher unbekannter, vielleicht erklärt es ja noch, was der Unterschied zu Twitter ist für denjenigen, der da unterstützt. So Flatter ist. Das sind zwei verschiedene Firmen. Was ich kapiert habe, ist Flatter europäisch aus Schweden und nimmt deshalb standardmäßig Euros und Patreon kommt glaube ich aus dem US-Raum, wenn ich das richtig kapiert habe und rechnet primär in Dollar. Aber ist es nicht auch so bei Patreon, dass du da wirklich definitiv Beträge überall hin überweist und nicht so wie bei Flatter, dass du ein Budget hast, und egal wie viel du Flatter hast, wird das aufgeteilt. Ich glaube, das ist so ein... Eines Wissens, der Unterschied, dass es regelmäßig, monatlich passiert. Das war ja auch bei Flatter das Prinzip, dass du subscribest. Ach so, okay. Also sie sehen sich glaube ich ziemlich ähnlich jetzt von der Idee, weil bei Patreon steht auch so, du kannst monthly repeating recurring Dings machen und dann ist auch so irgendein Feature, dass du nicht dein Budget überschreitest. Aber mir hat das bei Flatter irgendwie alles mehr gefallen und ich habe es logischer gefunden. Kann aber auch damit zusammenhängen, dass ich zuerst Flatter gekannt habe und für mich, dass Patreon dann so ein MeToo-Produkt war, wo ich mich weniger gut ausgekannt habe. Also mir ist es noch aufgefallen bei Patreon, dass das eben durch die Podcast-Szene auch ganz stark geistert und für die gibt es dann halt auch so Anreize, dass du irgendwie so für Podcaster, dass du auch so Ziele steckst und den Leuten dann gewisse erreichte Ziele dann irgendwie so ein Mini-Kickstarter praktisch. Genau, Content oder Goodies oder was auch immer anbietest. Man muss dazu sagen, eigentlich sind das ja alles Firmen, die jetzt mit etwas mitschneiden, was ja die Finanzwirtschaft an sich anbieten sollten, nämlich eine regelmäßige Mikroüberweisung, was man eigentlich erwartet, dass das Bankinstitut das anbietet in Form eines Dauerauftrags. Aber leider sind da die Kosten so hoch und du kannst eigentlich keine geringen Daueraufträge machen mit maximal Limit. Also wenn es die Banken hätten sich da im Micropayment nochmal stärker... Ich glaube, die Banken benutzen dasselbe Internet wie diese Flatter-Firmen. Also wenn die ihren Job ernst nehmen würden, wären die der logische Ansprechpartner dafür. Stattdessen, wenn ich jetzt jemandem sozusagen meine 10 Euro Kulturbudget verteilen will auf diverse Podcast- und Softwareprojekte, muss ich davon wieder 10% an Flatter abliefern, weil die mitschneiden. Also das Ganze macht für mich wenig Sinn und ist eigentlich eher ein Zeichen, dass da... Anscheinend ist meine die Nachfrage nach dem Service zu nerdig und zu Nische, dass die Etablierten das nicht machen. Allerdings, wenn die Banken das anbieten würden, würden sie auch erstmal Aufschlag dafür verlangen. Wir schauen aber, der wäre wahrscheinlich immer noch billiger als so wie es jetzt läuft. Überweisungen sind ja derzeit kostenlos, zumindest in der EU für Österreicher. Aber wenn man sich überlegt, vor ein paar Jahren gab es das Gesetz noch nicht, dass eine Überweisung am nächsten Tag am Zielkonto sein muss. Zumindest innerhalb von Österreich. Ja, das hat drei Banktage gedauert. Richtig. Gut erinnert. Und ein Banktag ist nicht ein Tag. Ein Banktag, das ist je nach Feiertag und Lust und Laune. Das kann nur durchaus eine Woche sein. Ich glaube, 300 Bankentage gibt es pro Jahr. Aber 365 echte Tage. Oh, ein guter Tag. Das war mal schön. Hat ja von dir gesehen und hat ja auch mir so... Aha, interessant. Ein Zehn noch, bitte. Ja, geht. Und... Stefan schaut sehr glücklich für einen warmen Vorspeisenteller vom Kalb. Der schaut super aus. Okay, dann unterbreche ich kurz meine Rede. Ich fürchte, du musst jetzt viel reden, weil wir dann alle kauen. Ja. Der Vorspeisenteller, ich hatte Befürchtung, da ist Melanzani drauf, das wird mir nicht schmecken. Aber in Zölpischen finde ich, das war gut. Und diese ausgeprachene Kugel ist praktisch eine Melanzani. Ja, da sind und noch eine Flüssigkeit, äh, eine Creme drin, die ein bisschen Käse, quachig schmeckt. So, jetzt gibt es auch ein Foto. Bäh! Jetzt wird dir schon was. Ja. Soll ich mal einen Pausenfüller machen? Mach, mach du mal oder zu mir. Ja. Wir wollten ihn nicht. Wo waren wir eigentlich? Wo war ich eigentlich? Beim Bezahlen. Bezahlen, Patreon. Banken sind hingegangen und haben sich gedacht, hm, das wäre auch eine tolle Einnahmequelle, wenn wir sagen, eine Überweisung dauert drei Tage und wer schneller haben möchte, muss zahlen. Wie sieht das überhaupt bei der Bank aus? Für die Bank hatte es nur Nachteile, dass eine Überweisung länger dauerte, weil die mussten extra dafür Server bereitstellen, die die Überweisung verzögert hat um drei Tage. Das heißt also, die sofortigen Überweisungen waren für die Banken lukrativ. Nicht nur in dem Sinne, dass sie dafür Geld bekommen haben von dem, der überwiesen hat, sondern sie brauchten dafür nicht ihre Infrastruktur eigentlich zu erweitern oder zu verwenden. Also, das ist pur Schwachsinn eigentlich. In so many ways wrong, so zu sagen, dieses drei Tage Überweisungs. Extra ein Server, um die Überweisung zu verzögern. Und jetzt kostet, ich weiß nicht, wie viel Flutter nimmt und Kickstarter und so weiter, das beläuft sich so zwischen sieben und zwanzig Prozent, je nachdem, welche Plattform. Sagen wir einfach mal zwischen fünf und dreißig Prozent. Du musst aber noch mehr einrechnen. Bei Flutter zum Beispiel, du kannst jetzt zwar mittlerweile über europäisches Konto, glaube ich, direkt hintun, aber bei vielen anderen hast du nur Paypal als Zahloption. Oder deine Kreditkarte, wo ja wiederum Spesen anfallen. Die müsstest ja auch einrechnen. Also, bei allen diesen Mikroüberweisungen, wo du sowieso nur ein paar Cent überweisen willst, schneiden dann noch mit das Mikroüberweisungssoftware Plattform-System und die diversen Zahlungsprovider, weil alles nur, weil deine Bank das nicht auf die Reihe kriegt. Jetzt komme ich aber mal zur Bank. Wenn die Bank das anbieten würde, ich möchte nur dafür natürlich dann auch Geld sehen. Mikrotransaktionen, gut und schön. Dann kommen die Banken nämlich auch auf die Idee. Ah, das ist der neue Hype. Dankeschön. Und verlangen dafür Geld. Und siehe da, was machen gerade die deutschen Banken? Sie haben PayDirect, Mikrotransaktionen, schnelle Überweisungen mit E-Mail und so weiter. Also Konkurrenz für Paypal. Und es ist noch nicht am Laufen, aber ich denke mal, die wollen dafür definitiv Geld sehen. Also im Endeffekt läuft, und man kann es auch verstehen, jeder möchte Geld dafür sehen, dass er was tut. Und die Banken machen das natürlich dann genauso. Also mit Transaktionen, egal welche, auch Banken. dem Tastbanken, sobald meine Drohne fliegt, werde ich dann so kleine Centbeträge per Drohne herumschicken. Ja. Herumregnen lassen. Aber trotzdem zahlst du nicht nur den Centbetrag, sondern die Drohne braucht auch Strom. Die fliegt so lange gepowert. Oder vielleicht dann auch Bitcoins für solche Sachen. Genau, ja, Bitcoins. Selbst dauert es halt mal Transaktionsgebühren. Ist freiwillig, du kannst auch ohne Transaktionsgebühren überweisen. Dauert es länger. Es dauert es länger, genau. Ist okay. Aber es ist in einem minimalen Vergleich. Ja, das ist wesentlich günstiger. Und trotzdem der ganze Strom, der dafür drauf geht. Also überall gibt es trotzdem noch irgendwelche Gebühren. Also das Problem, das ich bei Bitcoin habe, ist nur, dass wir sehr wenige das akzeptieren. Also meistens eher größere, aber meistens so kleine Blogger und kleine Softwareentwickler haben einfach keine Bitcoin-Adresse, obwohl sie technisch absolut nichts kosten würde, die draufzutunten. Ja, die kennen es nicht und was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und was ich zu Crowdfunding und Software auch noch sagen wollte ist, solange die essen, es gibt ja GnugPG und GnugPG wird entwickelt von, wie heißt der nochmal, Werner Koch glaube ich heißt er. Und der hat einmal gejammert, oder habe ich das letzte Woche schon erzählt oder vor zwei Wochen? Der hat gejammert, dass kein Geld reinkommt und dann hat er Crowdfunding-Aktionen gestartet und hat ziemlich viel Geld bekommen. Also sogar im Nachhinein. Und was Fefe dazu geschrieben hat, eine Finanzierung im Nachhinein durch jammern ist, findet man nicht gut, sondern von Anfang an einen Plan haben, wie man es finanziert. Also fangt keine Software an zu entwickeln, wenn ihr davon leben müsst, wenn ihr nicht wisst, wie viel Geld bekommt. Wenn ihr sowieso schon einen Job habt und das im Prinzip die Software für euch entwickelt, braucht ihr keinen Finanzierungsplan, da könnt ihr machen, was ihr wollt, aber wenn ihr davon leben wollt, dann überlegt euch ganz genau, wie ihr euch finanzieren wollt. Also ich finde, jammern im Nachhinein ist durchaus auch okay, weil der Programmierer hat ja die Leistung erbracht, wenn er sich dafür was wünscht, finde ich das auch okay. Ich muss dem auch zustimmen, ich finde es besser, du machst eine Vorleistung und du musst dann sagen, du hättest gerne Geld, also du musst erst einmal groß über die Finanzierung nachdenken, sonst mache ich überhaupt nichts. Wenn alle so denken würden, gäbe es keine freie Software, weil niemand was tun würde. Natürlich, aber wenn der Koch, also Gnuppi, der Typ, der hat halt im Nachhinein gejammert, ja, es gibt dem so schlecht und ich bekomme gern Geld rein dafür, die Leute spenden nichts und so weiter und er hat sich keine Gedanken drüber gemacht vorher. Das gibt es ja auch, ein PG ist ja auch kein Projekt von gestern. Ja, es ist ja natürlich dann schwierig abzuwägen. Abschließend gefreut man auch vielleicht, das haben wir nämlich noch gar nicht erwähnt, bei Flutter, totgesagt, ein Leben länger. Da wird ja gemunkelt, das war ja ein bisschen schwierig und wir waren ein bisschen so im Loch und im Eck und ein bisschen still ist es in das Projekt geworden. Seit einer Woche funktioniert ein Bettgarten nicht. Aber über die Freakshow, Tim Britlaff versorgt einem da ja immer wieder so mit ein bisschen Neuigkeiten und man kann es jetzt auch schon sehen, sie haben eine neue Webseite gelauncht und anscheinend kann man da schon direkt seine Bankverbindung ohne Skrill und Trittprovider eingeben und schauen wir mal was daraus wird. Also jetzt ist mal es ist wirklich noch nicht benutzbar, weil ich sehe nicht was ich flatter, oh ja, ich sehe sogar was ich flatter, aber nicht irgendwie so das Flatterangebot, so früh hat es einen Katalog gegeben, so was ich flattern könnte oder so oder was Dinge sind von mir, die geflaut, oder wer mich flattert und so, das kann man alles noch nicht sehen, aber mal abwarten, vielleicht können mal so in der nächsten übernächsten Folge schon mal was drüber sagen. Finde ich schon seltsam, dass die erst die Seite stilllegen, dann nach und nach eine neue launchen, statt eine zu launchen, die fix und fertig ist. Das ist irgendwie keine gute Werbung für Flatter gerade. Ja, kann man sagen, ja. Kann man sagen. Also keine gute Politik. Drücken und trotzdem noch die Daumen nehmen. Ja. laut dem Kildar ist Flatter nicht tot. Ja. Das wird nur umgebaut. Ja. Und der macht sich auch keine ernsthaften Sorgen drüber. Er lebt ja von Flatter, ne? Ja, ist einer der wenigen, die davon leben können. Ich glaube, der Olga Klein vielleicht auch noch. Also in Deutschland. Ja, eigentlich wahrscheinlich überhaupt. Der deutsche Markt ist der größte von ganz Europa. Ja, naja, bei Flatter zumindest. Das heißt, in Amerika ist es nicht nur irgendwie, ich meine, Podcasts in Amerika haben andere Finanzierungs- und Geldvolumen, aber nicht über Flatter natürlich. Stimmt. Die haben beide auch andere Projekte, von denen sie leben, aber sie bestreiten Teil des Unterhalts. Ja, die haben mehrere Standfüße. Ja. Soll ich mal kurz ein Theaterstück einstellen? Das haben wir doch. Bitte. Ich war, das war das erste, das muss ich nämlich erzählen, weil das liegt am längsten her und da verschwimmen schon meine Erinnerungen. Im Akademietheater, Toy Story 3, nein, Leonid Nikolaevich Tolstoi hat ein Stück geschrieben namens Macht der Finsternis, das ist 1886, hat er das herausgebracht. So lange schiebst du schon vor dir her? Ja, ganz schön lange. Ich war bei der Premiere natürlich. Und ist ein Theaterstück, das wie so einige Theaterstücke hat sich da Tolstoi von einem vorhandenen Gerichtsfall inspirieren lassen. Das kennt man ja zum Beispiel die Gretchenfigur bei Faust von Goethe ist auch von einem Gerichtsfall inspiriert. Und vorweg kann ich mal sagen, mir hat die Inszenierung sehr, sehr gut gefallen. Das war ja schon mein Einstieg wieder ins Theater gehen und das war sehr stimmungsvoll. Zweitens mag ich das Akademietheater, das kann man an dieser Stelle immer wieder sagen, weil es ist ein sehr kleines intimes Theater und man kann falsch, also wenn man nicht direkt hinter den Scheinwerfern sitzt, hat man eigentlich von überall aus einen guten Blick auf die Bühne. Verwechsel ich da was oder ist das Akademietheater nicht bespielt vom Ensemble vom Burgtheater? Sind das nicht die seltenen Schauspieler? Das ist doch das beim Eislaufplatz. Ja genau, so ein Theaterfuchs bin ich nicht. Kann sein, dass es Verschneidungen gibt, aber mir ist schon aufgefallen, ich glaube ein Stück habe ich am Akademietheater gespielt, auf jeden Fall sind die miteinander verbunden. Kurz die Handlung abgerissen, es geht um einen Bauern, der schon relativ alt ist, krank ist, der mit seiner Frau auf dem Hof lebt. Ein Neffe von ihm ist so der Knecht, der so die größten Arbeiten eigentlich, wenn er nicht gerade auf der faulen Haut liegt, vollführt. Und hin und wieder kommen auch sein Bruder und dessen Frau ihn besuchen und ja, wie war das noch schnell? Genau, er ist alt und krank und der Neffe hat schon eine Affäre mit der Frau vom alten Bauern. Okay, der, was im Sterben liegt, oder? Genau, nicht im Sterben, er ist schon relativ krank. genau. Das Geld... die Frau ist wesentlich jünger als der Bauer, damit sie mit der Affäre ausgeht. Richtig, richtig, richtig. Er hat auch mit der Frau irgendwie noch Töchter, ja, und die Frau von diesem Bauern bekommt durch die Frau des Bruders dieses Bauerns den Tipp, sie könnte doch ihrem Mann etwas Gift verabreichen, dass er schneller stirbt. Richtig, und dass sie an das Geld rankommen. Erbschaftsbeschleuniger. Ja, das ist dann natürlich eine Intrige, die wird auch kurzerhand in die Tat umgesetzt und der Bauer stirbt auch. Der Neffe bekommt allerdings den Rat von seiner Mutter, das Geld zu verstecken und nicht mit der Frau zu teilen, was der wiederum in die Tat umsetzt und außerdem kommt er auch drauf, eigentlich gefällt ihm die Tochter des Bauern viel besser als dessen Frau. Ist er mit der nicht verwandt? Er ist der Neffe des Bauerns und das ist die Tochter des Bauerns. Das müsste dann seine Nichte sein. Ich rieche so ein bisschen Verwandtschaft. Da ist auf jeden Fall das natürlich auch drinnen. Das ganze Drama entspinnt sich dann. Er hat dann auch ein Kind mit der Tochter des Bauern und ganz am Ende kommt es noch zu einer schrecklichen Tat. Da will ich nichts vorweg nehmen und das ist eigentlich ein düsteres tragisches Drama was macht der Finsternis schon auch was die Geldgier anrichten kann in Kombination mit der Einfachheit des Milieus beziehungsweise genau auch der Tristesse dieses ländlichen Lebens das die dort führen und mir hat die Aufführung sehr gut gefallen ist vielleicht auch gar nicht so düster wie es anhört weil es nicht so tragisch vorgetragen ist und was mich besonders gut gefallen hat war das Bühnenbild das war nämlich ein ziemlich hoch aufgetürmter Turm von Sandsäcken und ganz oben haben sich die dramatischen Szenen der Bauer stirbt abgespielt und wenn sie weniger dramatische Zwiegespräche hatten haben sie so auf diesem Sandsack Turm rumgeturmt und sind irgendwie mehr hat es als Bühnenbild nicht gegeben hört sich unspektakulär an man kann sich das Ganze sogar wenn man Machter Finsternis anschaut ist überhaupt witzig in letzter Zeit die ganzen Inszenierungen oder viele Inszenierungen die ich angeschaut habe da sind die Bilder auf Wikipedia eingepflegt unter den entsprechenden deutschsprachigen Artikeln da kann man sich das Bühnenbild auf jeden Fall noch anschauen und ja wer Dramen vertragen kann für den ist es auf jeden Fall eine interessante Aufführung auch nicht zu lang geht ohne Pause durch und hat mich durch die ein guter Theater ja in diesem Sinne schnell eine TV Empfehlung also gestern lief die letzte Serie von Altes Geld und wird dir gefallen weil das spielt mit Udo Kier genau das ist von dem selben Regisseur der auch Braunschlag gemacht hat verhandelt genau das was du sagst gierige österreichische Verhältnisse mit Inzucht und Geld und Gier und mich macht sehr gut ich habe das Plakat dafür irgendwo gesehen und habe mir schon gedacht interessante Serie und außerdem Udo Kier sowie Rutger Hauer die folgt sehr sehr gut Rutger Hauer der hat auch mit gespielt nein einfach einen Schauspielerin gemacht auch einer ich mag den Schauspieler auch ziemlich gern Podcast Treffen hört ihr man hört ihr man ja jetzt macht es genau wir waren zu dritt beim Podcast Treffen und das war ziemlich Spaß also zumindest für mich so Dennis Stefan Horst ich hätte es nicht einmal gewusst danke wirklich ich habe es jetzt auswendig nicht mehr gewusst zu dritt habe ich immer noch gemerkt das war und wir haben dort Bernd Schlapsi gegriffen wer die Details ja gleich grüße an den Bernd der ist mir gar nicht so böse was das Rubi angeht ich habe das gleich mit ihm thematisiert wir machen viel zu viel Rubi hier und drum heute auch kein Rubi nein kein Messerkampf war sehr nett genau kennenzulernen und eine ganze Menge andere Leute auch kennengelernt wie zum Beispiel den Georg Holzmann das ist die Hauptperson hat auch einen Vortrag gehalten über das Aufonik wie das funktioniert aber ich habe ein bisschen wieder schlauer gemacht als ich vorher war habe ich das richtig kapiert es gibt eine Aufonik Offline App es gibt eine Aufonik Offline App die kann aber nicht alles was das Online Service kann also hauptsächlich sind es die Filter die es noch dann und die ist auch nicht frei die ist auch nicht frei es ist auch das Online Service im Großen und Ganzen eigentlich nicht frei also man hat zwei Stunden pro Monat hätte man frei und was darüber hinausgeht also die nächste Stufe aber das wäre es wahrscheinlich du sogar besser ja ja die nächste Stufe fünf Stunden man kann es nicht so monatlich dann ist irgendwie anders gestaffelt genau und dann ist glaube ich das nächstgrößte es nehmen glaube ich fünf Stunden und was mich interessiert hat weil ich habe ja mal auch eine Podcast Folge extra aufgenommen wie das aussieht ob die Qualität besser wird wenn wir mehrere Kanäle parallel aufnehmen und warum das besser wird da hat er auch ein bisschen dazu geredet ich habe es noch nicht ausprobiert aber das werde ich jetzt dann machen weil das Pfeil habe ich eh noch zu Hause man muss dafür sorgen dass die Kanäle die man einspielt exakt zur gleichen Zeit beginnen also die Kanäle werden nicht verschoben relativ zueinander das versucht die Software nicht aber was sie dann schafft dadurch dass sie mehrere Kanäle hat kann sie das Übersprechverhalten rausrechnen also wenn ein Sprecher leise auf einer anderen Spur auch noch daherkommt weil er halt weiter weg sitzt von dem anderen Mikrofon und daher dort leiser ist kann er dort rausgerechnet werden und dadurch dass es dann an manchen Stellen eben beim einen wirklich bei einem Kanal wirklich viel leiser ist als beim anderen tut sich die Software leichter beim rausrechnen des Hintergrundgeräusches und daher sollte das Hintergrundgeräusch deutlich gedämpft werden ich bin gespannt wie das dann in der Praxis aussieht ich habe mir jetzt so mal wenn man eine Musikspur auch noch hat und die Musikspur während wer spricht unterdrücken will und während niemand spricht soll die dann hochkommen wenn dieses abstrakte Gerede darüber das wir jetzt gerade aufführen nicht besonders interessiert sondern der das ein bisschen genauer hören will also die haben sehr hübsche Audio-Demos auch auf der Webseite die habe ich mir auch angehört das sieht man ziemlich gut dann auch wie groß die Effekte sind also die Demo-Seite von Ophonic alleine ist schon wert sich das anzuschauen und das habe ich eigentlich so gar nicht noch nicht gesagt das ist österreichische Software die wird in Graz entwickelt können wir auch mal eine Runde stolz darauf sein was man in Österreich zusammenbringt also da geht der Georg Holzmann mit seinen Leuten es sind ja ein paar Leute ich glaube es sind drei oder vier Leute habe ich immer in einem anderen Podcast gehört haben da schon was ganz Hübsches auf die Beine gestellt also es ist schon eine ziemlich große Anzahl von Podcasts die darüber abgeschrieben werden was ja auch herausgekommen ist bei der Diskussion dass er die meisten Kunden in den USA hat ja das fand ich auch sehr interessant das ist gar nicht mehr so das spricht sich dort herum haben sie gefragt ob er da Werbung gemacht hat nein es ist einfach durch Mundpropaganda also die Software ist so gut es gibt auch nicht viel entweder man macht es eher am händisch über Audacity oder so und früher hat es noch so auch nicht freie Software aber so gratis Software wie den Leveler oder so geheißen das war auch die Grundfunktionalität von der ganzen Geschichte und Leveler vielleicht die Lautstärke in einem Podcast normalisiert also wenn zum Beispiel zwei Gesprächspartner reden und der eine sitzt ein bisschen weiter weg spricht der Herr ins Mikrofon leiser oder spricht natürlich leiser dann will man das als Podcast-Hörer ja doch eher tendenziell gleich laut hören die beiden Sprecher dann erkennt das die Software intervallweise und passt die Lautstärke aneinander an es ist aber nicht so dass wenn Musik eingespielt wird dass er dann alles gleich laut macht was ja furchtbar wäre weil Musik sollte eine gewisse Dynamik enthalten sonst wird die ja kaputt durch den Leveler das war so das erste Service das sie angeboten haben das ist wirklich interessant man kann innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde heutzutage erkennen ob etwas gesprochen ist oder Musik ist meine Freundin schreibt dazu nämlich eine Arbeit und hat dazu auch die Software entwickelt nur zu erkennen ist es gesprochen oder Musik und danach dann das Levels anzupassen das ist auf jeden Fall eine spannende Sache es scheint dass ich es verpasst habe eine Anmerkung noch nämlich es gibt eben dieses Service dieses Online Service und sie haben auch diesen Offline Client von Offonic genau bei Offonic ja und leider haben sie dieses Offline Programm gibt es leider nicht für Linux das ist die eine Sache aber da wollte ich ihn eh schon mal weil ich einfach mal ihn anschreiben und fragen ob sie das eventuell in Planung haben sie haben es in Planung ich habe ein bisschen mit ihm drüber geredet aber sie haben eigentlich so die Lösung wir sind zufällig ins Gespräch gekommen weil es mich zur Zeit das Thema auch das Cross-Plattform-Entwickeln einfach interessiert und die Geschichte ist halt nicht ganz so einfach als wirklich Cross-Plattform auf die Reihe zu kriegen ich habe ihm einen Impuls gegeben ich weiß nicht ob er nützt ich kann mir das eigentlich nicht ganz vorstellen weil ich glaube sie entwickeln auf einer ganz anderen Schiene ich hoffe es nicht Java nein das ist es nicht aber nichtsdestotrotz glaube ich wird er nicht so weiter vorgehen weil was ich gesehen habe schreiben die glaube ich in C die Sachen das solltet sehr möglich sein da sollte es portieren eigentlich an und für sich leichter sein aber der kommt halt einfach nicht aus der Linux-Welt soweit ich gesehen habe und der Bedarf an Linux-Desktops klein sind wird halt einfach deutlich geringer sein weil die meisten Audio-Podcaster haben halt ihre Macks zu Hause rumstehen das ist halt leider so also einfach nur als Command-Line-Tool die GUI dazu braucht er nicht zu entwickeln das kann er wieder anderen überlassen einfach nur Input-Output-Fertig stimmt würde vollkommen reichen ja das ist das ein interessante Thema das fast noch interessantere Thema ist das Thema zum Podlove-Workshop da muss ich auch vielleicht wieder kurz ausholen in Deutschland gibt es ja diesen Tim Britlove und der hat mit einem Software-Entwickler zusammen eine Lösung entwickelt um Podcasts zu publizieren das ist der Podlove-Publisher das ist ein Add-on für Wordpress damit man eben Podcasts ohne großes technisches Know-how mit Hilfe eines auf einer Wordpress-Plattform veröffentlichen kann mit Show Notes mit Timestamps mit einem Player und so weiter und zu diesem Publisher und rund um das Thema Podcasting gibt es einen Workshop in Deutschland zur Zeit zweimal im Jahr stattfindet einmal so im Sommer meistens auf der Republika soweit ich weiß und dann gibt es auch einen Herbst-Workshop und dieser Herbst-Workshop war bisher in Berlin und man hat aber Interesse daran vielleicht einmal aus Berlin rauszugehen und jetzt ist die Idee geboren worden das vielleicht auch in Österreich sprich in Wien zu machen alternativer Ort über den man auch ein bisschen gesprochen hat war Salzburg was ja für uns auch nicht allzu weit weg wäre und vielleicht für die Süddeutschen sprich Münchner und die Umgebung noch interessanter wäre so dass der Einzugsbereich noch größer ist also da ist man zur Zeit ein bisschen dabei zu überlegen welche Räumlichkeiten hat man welche Finanzierungsmöglichkeiten hat man also es wurde auch darüber diskutiert ob man sowas nicht sponsern lassen kann also eine Ispa könnte da ein Kandidat dafür sein und so also das wird man sich anschauen ob man so einen Workshop auch bei uns in die Gegend kriegt und wenn dann werden wir sicher darüber berichten was mir befallen hat am Podcast-Treffen war der Vortrag von der Dame nicht von der Melanie Bartosch sondern von der anderen Dame von der Innes Häufler Wer von der Innes Häufler hat es also nicht gefallen Nein, nein sie hat keinen wie ich dort war hat sie keinen Vortrag gehalten es waren zwei Damen dort soweit ich das kapiert habe sie war die eine Dame und es war eben noch eine andere da und die hat geredet über ein Filmprojekt das sie machen will oder über ein Podcast-Projekt ein Podcast-Projekt sie kommt aus der Film-Seite soweit ich das kapiert habe und ja das hat interessant geklungen also sie wollte so ein kannst du erklären ja pro Podcast-Folge würde sie gerne ein Museumsobjekt aus einem ostösterreichischen Museum das einen interessanten Hintergrund hat erzählen eine Story eine Story sie ist also hauptsächlich eine Storytellerin also sie macht auch eben für Firmen Marketingauftritt wo es eben auch um Geschichten geht und das Beispiel hat sie genannt im naturlichsteuerschen Museum hängt ein Haifisch der angeblich noch einen Seemannsstiefel in seinem ausgestopften Körper drinnen hat und die Geschichte dahinter halt zu veröffentlichen weil angeblich ist der überhaupt total schlecht präpariert wenn man zu der Zeit wo man den gekriegt hat wo der Präparator den gekriegt hat da halt in Österreich nicht gewusst hat wie ein Haifisch wirklich ausschaut und dann haben sie halt nicht ganz so ausgestopft wie original halt schaut man auf der Wikipedia nach und hat sowas nicht schöne Geschichte und solche Geschichten halt würde sie gerne im Podcastformat verpacken und da überlegt sie einerseits auch wieder das Thema Finanzierung steckt dahinter das Thema Organisation das Thema Technik also da gibt es eine ganze Menge Themen die man abklären muss und ja wer Interesse daran hat ist am besten mit ihr in Kontakt treten ja aber sie hat extrem das haben wir gedacht das hätte ihr gefallen extrem diesen narrativen Zugang also sie ja ja und gerade so Museen zugänglicher zu machen mit Hilfe von eben Podcasts oder anderen Technologien das kann man auch das Stichwort Open Data oder so reingeben kann bereichernd sein ist irrsinnig spannend und ich drücke die Daumen dass ich da vielleicht auch Kontakte mit den Einzelmuseen knüpfen kann und vielleicht sich dort auch vielleicht ein bisschen Geld holen kann Ihr Twitter-Handel ist Ines Häufler in einem Wort geschrieben und das Häufler ist H-A-E-U also der Zwielaut ist oft getrennt in A-E-U okay ja das war auch ganz interessant der Vortrag den du angesprochen hast von der Melanie Bartosch war gar nicht so sehr ein Vortrag war da war ich schon weg das war mehr ein Tease oder ein ja ein Herauslocken der Leute in Richtung Diskussion die dann auch ganz gut funktioniert hat was denn so mit der österreichischen Podcasting Szene passieren soll was man denn gerne hätte soll es dieses Meetup überhaupt weitergeben was will man denn erreichen wie schaut es eben auch mit dem Thema Technik aus welche Vorteile hat Podcasting überhaupt oder ist das Ganze eh keine gute Idee es auch halt ein bisschen die Leute provozieren hat auch jetzt eine sehr hübsche Diskussion geführt die macht übrigens auch einen ganz interessanten Podcast den haben wir schon ein paar Mal empfohlen aber den kann man auch immer wieder droppen das ist von der Universität Innsbruck da werden die Wissenschaftler die lokalen Wissenschaftler interviewt zu ihren jeweiligen Themen und der Podcast heißt Zeit für Wissenschaft kann ich wirklich empfehlen da sind ein paar wirklich gute Folgen drinnen also hörenswert eine Sache wollte ich noch erzählen ja zum Thema Veröffentlichen von Podcasts da wird es beim nächsten Podcasting Meetup wahrscheinlich einen Vortrag drüber geben mit einer ganz anderen Software mit ein bisschen einem anderen Konzept also nicht ein Wordpress Plugin zu verwenden und damit dann Wordpress anzureichern um eine Funktionalität die Podcasts handeln kann sondern eher so den Low-Tech Anspruch oder einen Weg zu gehen was zumindest das Web-Hosting angeht also dass man nur statische Seiten hat wo dann die Podcast-Episoden eingebunden sind und eben auch mit hochgeladen sind und das ist da haben wir ein bisschen geredet über das Projekt FIRTS wobei ganz so ohne Anspruch geht es auch nicht also man braucht zumindest einen PHP-fähigen Web-Server aber die Leute die die Podcasts sich anhören und die Web-Seiten ansurfen die verwenden das PHP schon nicht mehr also das PHP-Skript das wird für einen Upload verwendet und erzeugt dann on the fly statische Webseiten die am Web-Server abgelegt werden aber so ganz aus der Sicherheitsproblematik kommt man damit noch nicht raus also man muss sich dann zumindest um die Konfiguration kümmern dass da nichts Böses passiert und ein paar Leute haben sich bereit erklärt sich ein bisschen zu umzuschauen was es denn sonst an Lösungen gibt was statische Seiten und Podcasting angeht und sag warst du da dabei ich habe gehört der Herr Dennis hat da einen Vortrag gehalten da kann ich mich auch nicht daran erinnern du hast ich habe einen Vortrag gehalten nur ein Lightning Talk über das Plugin was im Wetaucher Podcast auch schon verwendet wird Vorsicht wir sind nicht ein Plugin wir sind nur ein JavaScript kann man auch als Plugin bei DocuWiki gibt es eigene Plugins die sind aber wieder im PHP geschrieben ich war jetzt nur ein Plugin in Anführungszeichen für HTML also sehr im Prinzip nur ein Kurzschnipsel und noch ein Kurzschnipsel und unten die Auflistung dass das mit den Seiten anklickbar wird und angezeigt wird was man gerade hört und der Dennis hat dann bei dem Vortrag angekündigt er wird den Code auch veröffentlichen das hat er sicher schon gemacht nein indirekt weil er ja auf den Birtacher Seiten öffentlich also mit auf GitHub und ich weiß noch nicht wie weil die Kurzschnipsel sind so klitzeklitzeklein dafür gibt es auf GitHub ein eigenes Format das ist das GIST also die bequinktessenz einer Idee wo man durchaus einige Dateien hochladen kann und auch vielleicht ein Markdown-File in dem man dann erklärt wie man die einzelnen Dateien mit dem Beispiel verwendet das stimmt und ich habe auch schon darüber nachgedacht im Nachhinein Bauer oder wie das heißt Bauer zu verwenden dass man sich damit installieren kann aber damit werden die wenigsten Podcaster konfrontiert sein weil die oh Gott was ist das wer jetzt schon nicht weiß was ist ist für mich nur der Beweis dass das zu kompliziert ist und für Podcaster uninteressant und ja es muss so einfach wie möglich irgendwie sein und ich versuche da was praktisches zu finden also wahrscheinlich wird es dann im Endeffekt mehrere Lösungen geben die alle trotzdem kompatibel zueinander sind und nicht so viel Aufwand für mich sind wow cool ja falls hier jemand überlegt selbst einen Podcast zu starten im Zuge des nächsten CCC der jetzt dann in ein paar Wochen stattfindet zwischen Weihnachten und Neujahr 32C3 der 32C3 wird eine neue Initiative gegründet die Podcast Partinen wo man versucht erfahrene Podcaster und Podcaster zu finden die Podcast Anfänger unter ihre Fittiche nehmen und dann versuchen zu helfen also durchaus einmal durch den Kopf gehen lassen ob man sich nicht mit Hilfestellung es dann doch zutraut sowas zu starten weil so wirklich Rocket Science ist es ja nicht ich wäre schon gern Party und irgendwelche dahergelaufenen Jung-Podcaster küssen mir das richtig Jung-Podcaster und ich gebe so zwei Seiten Warnung damals unter 200 Cent hatte ich ein bisschen Produktions Alter Hauding ja genau da hörst du einfach Biertaucher 177 da reden wir darüber so viel zum zweiten Podcasting Meetup es wird ein drittes geben der Termin steht noch nicht fest aber das findet man auf der Meetup auf der Meetup Gruppe wenn man sich dort registriert oder auf dem Sende geht wird es veröffentlicht werden wer das Meetup Service nicht mag ok also insgesamt ein zufriedenstellender Meetup Lab für dich gewesen ja hat insgesamt hat Spaß gemacht die ganze Geschichte einige neue Leute kennengelernt einige interessante Persönlichkeiten in Meetup kennengelernt der hat Schlapsi kennengelernt ich bin Schlapsi kennengelernt ach den kanntest du noch gar nicht den kannte ich noch nicht ohne Person nam sondern den kannte ich nur Advokam oder so also im Podcast war der ja schon ein paar Mal mir ist auch etwas aufgefallen dass wir uns schon mal von einem halben Jahr oder so getroffen haben müssen und zwar beim Show & Tell von Sven Guckes ah ja Sven Guckes Schnitzelessungen in Meetup ja da waren wir beide anwesend haben uns nicht erkannt als Podcast hat uns Sven zusammengebracht letztendlich aber Sven hat uns zusammengebracht ja hat er natürlich aber da hast du uns schon begegnet ist mir aufgefallen als ich so ein paar alte Titanpad Sachen rausgesucht habe ja und wir sind uns ja auch begegnet damals beim Stylemann im Kuppelsaal wo du das mit 400 anderen Leuten ja ich war auch dabei wie klein die Nerdblase wie ich gehört habe sollst du das Foto noch gemacht haben wo ich drauf bin wurde mir irgendwie gesagt dass du die Fotos gemacht hast oder ich habe Fotos gemacht ja 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 genau bist du schon drauf oder bist du drauf und auf einmal muss ich dann mit dabei gewesen sein Fotos auf Flickrkamer der Chronicles oder Biertacher braucht das zu apropos Treffen wahrscheinlich sind wir das nächste Mal nur zu zweit und das wollen wir eigentlich gar nicht sein es wäre schön wenn vielleicht noch irgendjemand käme und zumindest einer kriegt noch oder eine kriegt einen Heferl du hast noch einen Heferl übrig eins habe ich noch immer also nächsten Dienstag das ist der 22. Dezember 2015 letzte Gelegenheit Biertacher Podcast mit uns mitzumachen und es gibt einen Heferl vom Stefan 19.30 Uhr in der Zypresse Westbahnstraße 35 Garten Geschirrspielerfest hast du das Heferl in der WG getestet oder mehrmals schon 1a wunderbar Katzenssicherer wenn Ingvar Tee schmeckt vormitabel oder was ich habe einen Woody Allen Film zu ich kann leider die Themenliste ich habe sie verdrückt im Prinzip den Offline nur ein kleiner Hinweis auf ein Blogposting und zwar ging es da um arabische Programmiersprachen also um eine arabische Programmiersprache Namen habe ich mir nicht gemerkt aber war extrem unaussprechlich und einfach in den Shownotes nachlesen dort wird es verlinkt die Quintessenz von dem Blogposting war es hat ihnen einen libanesischen oder so Studenten gegeben der sich geärgert hat dass alle Programmiersprachen auf Englisch sind und dann eine auf Arabisch gemacht hat also wo man auch von rechts nach links schreibt und sie ist Thuring-Complete und halt tut auch arabische Syntax und so halt einarbeiten aber die Quintessenz ist sie ist ein absolutes Inselprojekt weil wenn du versuchst sie irgendwie in der realen Internetwelt mit einem realen Internetprotokoll kommunizieren zu lassen scheitert es schon ein Zeichensatz und also es ist sozusagen nur in sich selbst funktionsfähig und er also die Quintessenz von dem Blogposting war sozusagen dass die die das Internet erfunden haben also amerikanische und europäische Wissenschaftler eben dadurch dass sie Englisch verwendet haben weil das für sie das leichteste war haben sie es eben der nichtenglischsprachigen Welt schwerer gemacht und er sagt Englisch lernen ist schwierig wenn du es einmal als Einstiegshürde brauchst nur um überhaupt programmieren zu können aber ich finde es eine sehr interessante Thematik es gab ja auch schon von Microsoft deutsche Programmiersprachen also lokalisierte Programmiersprachen die aber zu Recht gescheitert sind oder ich erinnere mich auch an C64-Zeiten da gab es dann immer wieder so Projekte auf Deutsch Basic und das war dann noch viel schlimmer mit Gehe zu statt Gut Tu wahrscheinlich wäre das für Programmiersprachen die üblichen gar nicht so schwer zu erreichen mal leise anlegt für die Keywords das war damals die Idee links nach rechts kriegt man nicht wirklich raus das Problem für Klammern naja müsste man eigentlich auch hinlegen ich sehe es jetzt ein bisschen weil ich sehr viele Kinder mit Scratch unterrichtet vom MIT diese Programmiersoftware und die hat eine Weltkugel wo du dutzende Sprachen aussuchen kannst was speziell für Volksschulkinder als Leiband ist weil die noch nicht Englisch können und dann können sie es auf Deutsch einstellen und dann haben sie statt halt ein Weil haben sie dann Solange oder statt If-Then haben sie dann Falls und so und ich bin aber drauf gekommen also sobald die Kinder ein gewisses Alter erreicht haben circa 10 versuchen sie sich sehr darauf zu drängen dass gleich die englischen Befehle lernen weil das dann wenn sie eine andere Programmiersprache lernen wollen wesentlich besser sie bringen es sich gleich auf Englisch bei und das ist richtig es ist eine Hürde aber wenn man sich überlegt wie hoch die Hürde ist wie viele Schlüsselwörter hat eine Programmiersprache denn in der Größenordnung hätte ich jetzt auch gesagt 20 und das ist halt ein Vokabular das man halt als Einstieg lernen muss aber dann gehört man halt zur Elite derer die programmieren kann und dann ist das vielleicht auch eine gewisse Motivation ich möchte auch sagen dass gerade für Kinder 20 Wörter die ein Erwachsener nicht versteht zu lernen überhaupt kein Problem ist man muss sich ja nur normale Kommunikation von Kindern anhören da sind so viele Fremdwörter drinnen die es vor 20 Jahren noch nicht gegeben hat chillen oder so was soll das sein ich denke Kinder können sehr wohl 20 Wörter lernen ich habe auch noch zwei andere Programmiersprachen die nicht englisch sind beide sind für die Perl Programmierer bekannt und zwar einmal Perl auf Latein und Perl auf Klingonisch Klingonisch Perl Programmierer das ist auch übernötig ich dachte Perl war ich schon auf Klingonisch write once read never und die funktionieren also ja es sind vollwertige Programmiersprachen sie werden nach Perl kompiliert also im Prinzip schreibt man es ist eine ganz einfache Perl Datei und man schreibt da einfach nur plötzlich Klingonisch oder Latein hinein und muss ein paar Module vorher laden aber Perl ist ja sowieso so abgefahren dass da solche Sachen möglich sind und man muss auch bedenken dass dann zum Beispiel das Gleichheitszeichen einfach nur durch ein Wort ersetzt wird statt gleich schreibt man nur ein Wort hin nur halt alles auf Latein sieht sehr komisch aus bitte liebe Regisseure ich hätte gerne einen Film wo ein Römer also aus dem römischen Reich eine Zeitreise macht in die Neuzeit und dann programmieren lernt auf Lateinisch geht er wieder zurück und programmiert dort irgendwas cooles ja war lustig oder wie jemand die Programmiersprachen aber nicht den Computer in die Antike bringt ja dazu muss man sagen dass die erst nicht Loflands oder so also weibliche Programmiererin die Programmiersprache liest glaube ich die haben wir ganz vergessen bevor es Computer gegeben hat sie hat darüber philosophiert übrigens die ist jetzt gerade 200 geworden oder so ein Google Dings ja stimmt wäre jetzt eigentlich schon über 200 Jahre inzwischen alt und sie hat ja im Prinzip den modernen Computer erfunden ohne die Technik dafür zu kennen aber ihr war bekannt dass es möglich und davor waren die Computer die Frauen die die gut Kopfrechner die Rechenmaschinen die mechanischen Rechenmaschinen bedient haben also ja das ist mal ein weiblicher Beruf Computer und später waren die Männer mit den Schlipsen an den Computern weil sie ne geh weg Frau das ist nur was für Männer wahrscheinlich so in der Art und heutzutage versucht man über die Feminismus Schiene die Frauen wieder rein zu bekommen aber es wird schwer also Frauen sollten wieder an die Computer ran dürfen und müssen wer sich für das Thema interessiert einfach unter MINT im Internet suchen also es gibt diverse Programme die versuchen speziell für Mädchen und Frauen Interesse an naturwissenschaftlichen Fächern in der Schule zu erhöhen und eben auch Absolventinnen an Quoten von technischen Berufen zu erhöhen wovon ich wenig halte ist extra Programmiersprachen für Frauen und so etwas halte ich nicht für sinnvoll also etwas extra für Frauen an Frauen gerichtet zu entwickeln ist nicht so sonderlich gut weil dadurch erschafft man gleichzeitig auch eine Hürde wieder dass Frauen und Männer zusammenarbeiten können weil wenn sollten beide dasselbe Vokabular benutzen und nicht dazwischen eine Barriere aufbauen es gibt auch in Österreich Initiativen dazu Pi Ladies Rails Girl Ups jetzt habe ich schon wieder was wieder gesagt sonst einfach in Sektor 5 schauen zur Flur die ja dort Community Manager drin ist ist auch sehr rürig was das Thema anbetrifft die kümmert sich zur Zeit hauptsächlich um ihr Baby daher wenn man Interesse daran hat das lernt gerade krabbeln und daher wenn man daran Interesse hat mit Laura in Kontakt treten Twitter Handles Alice Tragedy und sonst gibt es noch die Woman in Tech Vienna die Timia macht da viel die kenne ich nicht die Person noch die Initiative aber ich habe da was gern alles abhandelt können alle irgendwie zum Sektor feiern ich habe ich habe ich habe meins gebracht außerdem habe ich jetzt meine Themenliste ist weg dann wurde Ellen oder nehme ich auch den Senderraum weg ich habe ich habe ein Thema schöner meckern und dann mach vielleicht den Nerd Thema ja ok letztes jahr war letztes thema ich habe dazu einige sachen dann mich noch informiert und so weiter das lasse ich alles weg weil was viel interessanteres zu dem Thema nämlich jetzt aufgekommen ist und zwar CA's um Malware zu verbreiten ok was sind CA's gleich mal für unsere Zuhörer ja Zertifikate oder ja Zertifikatsaussteller genau authorities also es gibt Firmen die sagen dann Malware ist eine gute Software um die Malware zu da kommen wir gleich zu also CA's das ist das was man im Browser hat und wenn die CA jemand ein Zertifikat ausgestellt hat dann zeigt der Server dem Browser hier das ist mein Zertifikat also die CA ist eine Certificate Authority ja und das ist meistens eine Firma oder ein Staat oder was ist das gibt ganz verschiedene das definieren wir lieber nicht das kommt gleich viel noch zu wer das eigentlich ist aber auf jeden Fall das Zertifikat wird dem Browser gezeigt und der Browser kann dann anhand des Zertifikats überprüfen von wem es ausgestellt worden ist und wenn er sagen kann ja das ist vertrauenswürdig weil diese Person hat das unterschrieben also diese CA dann sage ich okay dann ist das vertrauenswürdig und im Browser wird oben das grüne Logo angezeigt so circa wie ein Public Key der signiert wurde von einem vertrauenswürdigen ja genau es ist ein Public Key Zertifikat und Public Key ist im Prinzip ein und derselbe der Unterschied ist nur zwei verschiedene Welten PGP Wir haben das Public Key obwohl es auch Zertifikat heißen könnte und bei SSL die sogenannten X509 Zertifikate heißen halt Zertifikate und ja Zertifikate ist etwas öffentliches Schlüssel ist etwas Privates und deswegen öffentliche Schlüssel finde ich etwas ungünstig als Namen Was war jetzt der Punkt bei diesen CAs es gibt im Prinzip CAs für Malware hast du gesagt Ja da komme ich gleich zu weil letztes Jahr Podcast Folge 183 war der Hop hier und ja ich habe mir die Folge angehört habe sein Ranting im Prinzip über Let's Encrypt angehört und da hat er gemeint ja im Prinzip kann das derzeit ja bestimmte Personen also bestimmte CAs ausstellen und eigentlich ist ja nicht interessant was Sicherheit anbelangt die die ich selber verwende sondern die die ich nicht verwende weil die können ja auch rein theoretisch ein Zertifikat für meine eigene Domäne ausstellen obwohl ich sie gar nicht gefragt habe also technisch können sie es sie sollten es nicht tun und und der chinesische staat oder der amerikanische staat die leute überwachen wollen können hingeben ok und jetzt stelle ich mein zertifikat für google.com aus und dann können die irgendwelche eigenen server aufstellen und sagen das ist die google.com seite und oben steht dann grünes logo naja das ich glaube das ist ja in der architektur begründet wenn jetzt sozusagen die ca korrupt ist kann sie dann wieder ja sachen stellen schon seit langem auch der große kritikpunkt dass ca kette in der web raus schon komplett kaputt ist ja richtig genau und haupt hat das auch als großen kritikpunkt genommen und was er letztes jahr noch nicht kannte war zum beispiel pinning google.com kann man kein zertifikat mal eben für ausstellen und dann chrome browser verwenden und meinen das funktioniert nur weil man selber ein zertifikat für ausgestellt hat weil chrome merkt das wegen dem sogenannten zertifikat pinning hat man eine seite mal besucht und das zertifikat war gültig dann merkt es sich welches zertifikat das war das heißt es ist nicht möglich dass hier eine andere ca plötzlich dafür ein zertifikat ausstellt das war letztes jahr noch nicht ganz so bekannt also ist dieser mechanismus besser geworden schützt dich jetzt besser ja im prinzip schon es ist immer noch keine perfekte lösung zum beispiel das sogenannte bootstrapping problem wie kommt überhaupt das zertifikat als erstes auf meinen rechner ist nicht gelöst damit das heißt wenn dein erster ca schon ein nicht guter ist dann macht er die ganze kette kaputt genau deswegen hat google auch gesagt okay unser pinning ist schon bereits im browser integriert hard codet ja jetzt aber zu etwas völlig anderem in der hinsicht es gibt berechtigter weise auch die möglichkeit seine eigene ca auszustellen also ich habe das für mich schon öfters gemacht ich habe für mich eine ca eine beschränkte erstellt und die benutze nur ich und wer möchte könnte dieses ca zertifikat auch in seinem browser hinterlegen dann würde er automatisch sagen er vertraut meinen ausgestellten zertifikaten ich benutze sie nur intern das ist eine völlig legitime sache und sie ist nur beschränkt auf meine niemand muss meiner ca trauen sie ist nämlich nicht standardmäßig installiert aber es gibt auch andere die sowas tun es ist völlig legitim zum beispiel für testzwecke so eine ca zu erstellen zum beispiel für treiber microsoft verlangt dass jeder der treiber die unter windows installiert werden signiert werden müssen nun müssen die beim testen aber zuerst mal ja ein zertifikat selber für diesen treiber block sozusagen erstellen und da das ganze beantragende zeit dauert gehen die hin und benutzen eine test ca und das ist jetzt passiert dass diese test ca mit dem laptop das man gekauft hat mit ausgerollt worden ist was dann wieder eine unsicherheit ist weil die jetzt jeden fach da zu genau dell und lenovo haben beide laptops ausgeliefert wurde test ca drauf ist und das funktioniert ja nur wenn auf dem laptop schon das betriebssystem drauf ist oder ja genau würde ich auch sagen aber trotzdem aber es ist gleichzeitig auch eine sicherheitslücke weil nämlich bei dell war es so dass das das der private schlüssel mit ausgeliefert worden ist das heißt jeder konnte dieses verwenden und bei den ca gibt es keine unterscheidung ist es nur zum codesignieren also für treiber da oder auch für seiten das heißt diese dl ca mit dem privaten schlüssel da konnte jeder eine ein zertifikat sich selbst ausstellen und damit wurde sagte der browser das in Ordnung obwohl das eigentlich werden sollte aber das hat mich auf eine idee gebracht nun wieso bringt achso noch was vorweg man kann diese ca installieren nachinstallieren das ist nämlich jetzt ganz wichtig wieso bringt jetzt nicht eine malware selber eine ca mit installiert zuerst die ca und dann sich selbst als clever ja beglaubigt genau und beglaubigt sich dankeschön und das ist noch nicht passiert oder das passiert gerade weiß ich nicht ob das schon passiert ist das nicht kann so viele hörer wahrscheinlich auf domete hin ja das kann sein aber hoffentlich so viele Experten vielleicht die gegenstrategie entwickeln besser als bleibt es im dunkeln es ist nicht mal schwer so ca zu installieren es ist egal wo bis auf android wo das tatsächlich ein bisser erschwert wird auf jeden fall die mailware bringt seine eigene ca mit und installiert sich danach selbst und meine essenz daraus ist dass das ganze mit den treibern signieren kein sicherheitsgewinn ist sondern nur eine weitere unsicherheit weil nämlich dadurch dass diese test zertifikate ausgerollt worden sind die nur nötig waren um einen treiber zu installieren das ganze internet gefährdet worden ist anders kann man es nicht bezeichnen ist schon ja dps oder ssl mechanismus nicht mehr vertrauen dadurch sagst du ja genau nur wegen treiber signieren kann man ssl immer weniger vertrauen das ist so wie jetzt das kind mit dem bade ausrollen weil du kannst auch die gültigkeit von zertifikaten zurückziehen damit sind die zertifikate nicht mehr gültig wenn der rechner dann noch im internet ist und der browser was tun sollte dass die gültigkeit des zertifikats überprüfen sollte im nachhinein dann sollte das damit auch wieder verschwinden ja da gibt es zwei probleme zum einen eine ca zurückziehen ist nicht möglich das heißt wenn man eine ca ausgestellt hat und die im browser drin ist die bekommen man nicht bei raus jedenfalls nicht als ca betreiber er kann zwar immer noch sagen die einzelnen zertifikate sind ungültig was auch im effekt ziemlich schlecht ist wenn das zertifikat ungültig ist ist es damit erledigt ja wie möchtest du den browsers vermitteln dass die ca nicht mehr gültig ist das ist nicht möglich das glaube ich nicht das werden wir recherchieren ok auf jeden fall und einzelne zertifikate zurückziehen geht nur wenn man sie selber ausgestellt hat da der private schlüssel mitgeliefert worden ist bei Dell kann sich jeder jeder Zeit nochmal neue zertifikate geben ist fazit ca nicht so ganz wirklich sicher und leicht manipulierbar gibt es irgendwas was der konsument tun kann um sich zu schützen vor bösen ca ja letztes jahr top schon vorschläge beziehungsweise thomas perl glaube ich perl vorschläge gemacht es sind auch der stand hat sich in der hinsicht nicht verändert also es sieht eher schlecht als recht eine gute tendenz google macht sich darüber ja auch gedanken und haben zum b zb certificate pinning und solche sachen und es sind erstmal ganz gute ansätze es geht in die richtige richtung aber die ultimative lösung ist es noch nicht achso doch ein plugin fällt mal ein was ich eventuell und zwar nennt sich das web of trust das für firefox zumindest damit kann jeder einzelne sagen der seite vertraue so wie das die gegenseitig signierten pcp schlüssel ja ich weiß nur nicht genau ob das wirklich eine sicherheit ist oder ob das eher phishing unschädlich machen soll weil wenn jemand jetzt nicht die seite paypal.com sondern pay-pal.com solche sachen lassen sich damit verhindern weil dann jeder sagt okay ist unsicher und dann bekommt immer rot angezeigt damit kann man zumindest das sagen aber nicht dass das zertifikat sicher ist das wollte ich allerdings trotzdem mal empfehlen das nicht oder schön erleben schön und nörden schön und nörden Ich bin sehr gespannt auf diesen Film und ich weiß, dass bei diesem Film wahrscheinlich auch ein bisschen die Thematik so ist, dass man da sehr leicht gespoilt werden kann. Wir machen es einfach so, wir gehen alle raus, er erzählt, jeder kann vorspulen, sich das selbst überlassen. Ich kann nicht erzählen, wenn niemand zuhört. Ich brauche diese Monopolisierung der Aufmerksamkeit. Ich höre gern zu, du kannst es freuen, was du willst. Stefan schläft dabei gemütlich ein. Wenn Sie das jetzt nicht schwer finden, probieren Sie bitte, zwei Bier zu trinken und dann einen Film zu erzählen, ohne die Handlung zu sehr zu verraten. Das ist gar nicht so leicht. Ja, okay, es ist ein Vudiellenfilm. Ich war schlecht drauf, weil ich wieder mal zusammengebracht habe, einen Kunden zu verlieren. Und dann habe ich gedacht, so, ja, wurscht, jetzt schaue ich mal einen Vudiellenfilm, weil das ist immer, dann weiß man, was man kriegt. Und das ist immer heiter und lustig auf eine nette Art. Nie, also nicht immer. Es gibt ganz schreckliche Dramen, wo es ganz furchtbare. Dann habe ich immer Glück gehabt. Kassandra Stream zum Beispiel mal gesehen. Ja, und hier immer der Film, Matchpoint, auch keine lustige Thematik. Stimmt, ja, Thematik nicht lustig, aber so, sagen wir so, er hat gewisse Scherze, die man... Er ist dialog stark. Ja, wie gesagt, da kann man... Okay, also ich habe mich gefreut und wurde gut unterhalten und worum es ging. Also das Thema war Irrational Man und die Handlung ist sehr kurz zusammengefasst, ohne zu viel zu spegeln. Es gibt so eine Art Philosophie-Professor. Der schaut schon sehr abgefuckt aus, muss man sagen, ist schon in seinen 40ern, hat schon ein Bauchhallen und ist auch sonst weder Schönheit noch besonders nett, noch besonders charmant, noch besonders erfolgreich. Also irgendwie, er war einmal berühmt oder idealistisch, kommt dann so ein bisschen heraus und jetzt tut er halt so von Uni zu Uni reisen, bis er wegen irgendeinem Skandal, wegen Verführung von Studenten wieder rausfliegt und stellt halt ein paar interessante, philosophische Thesen auf. Und der Film fängt an, dass die Studentinnen sich überhalten und schon ganz aufgeregt sind, dass der berühmte Professor da jetzt zu ihnen ans Institut kommt. Und die Hauptdarstellerin vom Film, mit dem Namen in den Shownotes nachlesen, die ist, glaube ich, schon ein bisschen in ihn verliebt, bevor er überhaupt herkommt. Und dann kommt er auch wirklich her und macht halt Vorlesungen und sie bleibt natürlich länger sitzen und präsentiert ihm dann seine Hausübung und wird von ihm gelobt und dann ist es schon um sie geschehen und sie verknallt sich in den und versucht da so eine Affäre mit ihm anzufangen. Und er geht das eh sehr ruhig an, weil er ist so lebensmüde und demotiviert, dass er auch nicht einmal richtig Lust hat, eine Affäre anzufangen. Gleichzeitig wird er von der Nachbarin verführt, der fährt jetzt mit ihrem Mann, die ist schon ein bisschen älter, aber sehr lebenslustig. Und auch da ziert er sich und lässt sich sehr bitten. Also er ist sozusagen, ich glaube, für mich war das schon witzig. Also das ist ein alter, schiercher Mann total, ohne grumpy Old Man, ohne sich irgendwie anzustrengen, stehen mehrere schöne Frauen auf ihn und zehren an ihm sexuell und amorös und er hat eigentlich zu überhaupt nichts Lust. Das war für mich schon mal ein super Grundsetting und er hat auch nichts Liebenswertes an sich, der Typ. Also der ist richtig einfach so, er ist nicht irgendwie sehr bösartig, aber er interessiert sich einfach nicht. Das macht die Frau natürlich noch mehr verrückt. Und was passiert jetzt? Unabsichtlich schafft es die junge Liebhaberin von ihm, die Studentin, die geht dann dauernd mit ihm aus und so. Er tut sie so als praktisch als platonische Freundin halten. Also sie darf mit ihm öfter fortgehen und er quasselt sie dann halt voll mit philosophischen Sachen und Geschichten aus seiner Vergangenheit und sie himmelt ihn halt voll an. Und da sitzen sie in einem Restaurant und hören so mit vom Nachbartisch in so eine sehr traurige Geschichte. Das ist in so einer Familie, die gerade von einem Scheidungsgerichtsverfahren kommt und die Frau jammert, dass der Scheidungsrichter so korrupt ist und deshalb hat sie keine Chance, die Kinder zu sehen. Und die Kinder werden ihrem unfähigen Mann zugesprochen oder Ex-Mann und wie das alles schlimm ist. Und dann irgendwie tun die beiden halt, also der Professor und die Studentin so spaßhalber überlegen, was man da machen könnte. Und sie kommen dann zu einem Gespräch drauf, naja, man könnte ihn umbringen und dann wird die Welt ein bisschen besser sein. Das ist sozusagen das Grundsetting. Kannst du die Welt verbessern, indem du jemand anderen umbringst? Das ist ja ein Thema, was ja oft in der Literatur schon aufgearbeitet wurde und auch so gerade da wurde Ellen in Filmen wie Matchpoint oder so dieses Mordthema und dieses Schuldthema und kann man das durchführen? Eine interessante philosophische Frage. Das freut mich. Soll ich jetzt aufhören? Aufhören, ja. Aufhören von der Handlung, aber... Ups. Ja, es hat mir schon gefallen. Wobei, ich muss jetzt noch eins dazu sagen, also so viel zu handeln. Die junge Studentin ist derart schwer verliebt in den abgefuckten Literaturprofessor und sie geht damit in dieser Reihenfolge ihren Eltern schwer auf die Nerven. Ihrem Freund, dem Boyfriend geht sie extrem auf die Nerven, der macht Schluss und sie geht auch dem Kinopublikum extrem auf die Nerven. Das ist so, weil sie schwärmt dauernd in jeder Szene, wo du sie siehst, tut sich irgendwen vorschwärmen, was für wie arm der ist und wie toll und wie faszinierend und so. Also jetzt kommt es auch mit uns an, also es verfehlt die Wirkung beim Publikum. Ja, also man wünscht sich so, sie einmal so zu schütteln und sagen, jetzt, red aber einfach was anderem. Und das war, ja, war irgendwie witzig. Und ja... Sehenswert? Ja, du wirst halt unterhalten auf so einem Kriminalfall, wobei jetzt, ich hatte das Gefühl gehabt, wo die Ellen geht es jetzt nicht so sehr um die technischen Details von dem, wie man da den perfekten Mord verübt, sondern da ist auch einiges ein bisschen sehr hergeholt, sondern eher so, wie man sich damit fühlt, weil man geglaubt hat, man hat jetzt den, man verübt jetzt den perfekten Mord. Ja, wie geht es einem damit? Ja, und der Gag ist dann halt so, je mehr sich der Professor reinsteigert in seine Mordfantasien und je konkreter er wird, desto lebenslustiger wird er plötzlich und blüht auf. Also so, und natürlich gibt es dann einen kleinen Twist. Ja. Ja, wie gesagt, er hat ja, wie gesagt, in Matchpoint und in Cassandra Stream, aber auch in diversen anderen Filmen dieses Mordthema plus, wie geht man mit der Schuld um, wie fühlt man sich dabei? Und er hat auch selber in einem Interview mal gemeint, dass er es sehr spannend findet, den Leuten da vermittelt möchte, dass es da eigentlich von seiner Sicht aus keinen Gott gibt, keine oberen Distanz, die jetzt Schuld vermittelt, sondern dass es halt vom Menschen aus jetzt kommt. Und das ist auch ein ganz altes Thema, das geht eigentlich noch viel weiter zurück als Dostoevsky wahrscheinlich, aber der hat ein Buch geschrieben namens Schuld und Sühne, das ich auch unbedingt vielen Leuten ans Herz lege, wo sich ein Student einen Mord verübt. Eigentlich nur um die Frage zu lösen, ist er eine große Persönlichkeit wie Napoleon, wenn Napoleon schickt irgendwie, ohne mit der Wippe zu zucken, tausende von Leuten in den Tod und hat keine Gewissensbisse anscheinend, schafft er es, einen umzubringen, ist er sozusagen ohne Gewissensbisse im Status von Napoleon oder scheitert er daran? Und das, da kommen halt sehr viele Themen rein. Es ist auch eine alte Menschheitsfrage, ob du irgendwie was davon hast, andere umzubringen und dich da umzubringen. Das wird halt bemessen. Ja, richtig, genau. Also das ist auf jeden Fall spannend und gut, wenn das unterhalten hat, umso besser. Und zu welcher Erkenntnis bist du jetzt gekommen? Ich persönlich? Ich habe... Weil du ja sagst nur Vornamen nennen und so weiter. Ja, genau. Also mit Empirie und so, na, also... Du hast doch niemand umgebracht. Na, ich will nicht, dass ich jetzt sagen könnte. Nicht, dass du es sagen kannst, na. Ganz was anderes, zum Thema jemanden umbringen, ja. Ihr kennt's The Onion.com, so eine Seite, die Fox News verarscht hauptsächlich. Und ich bin über Reddit. Chilische Poste hier auch im Prinzip. Ja, ja. Und machen sehr gute Videos, aber auch sehr gute so Zeitungs-Fake-Meldungen, wo du immer sehr genau lesen musst, bis du wirklich kapierst, ah, das ist jetzt Satire, weil es halt so... So, ah, es könnte echt sein. Obwohl ich Onion sehr gut kenne und eigentlich auch sehr mag, dass es mir passiert, dass ich über ein Reddit-Posting gestolpert bin und da war irgendwas amerikanische, neue Exekutionstechnik und so und ich licht drauf und was ist das? Und jetzt, wenn ich es erzähle, ist sofort klar, das ist Satire, aber ich habe ziemlich schlucken müssen und gebraucht, bis ich kapiert habe, dass das Satire war und nicht ernst, weil man halt gewisse Vorteile gegenüber den USA hat. Und es war so eine Meldung mit so gerenderten Fake-Videos und dann wieder so reingeschnittenen Echt-Videos und das Ganze von einer Nachrichtensprecherin präsentiert. Und unten standen schon so witzige Untertitel und auch dieses Onion-Symbol, aber es war so gut gemacht. Also für mich hat es sehr beklemmend ernst gewirkt. Und zwar ging es darum, also eine... Weil in den USA gehen diese Medikamente aus, die von Deutschland geliefert werden, um Exekutionen zu machen, um die... Giftspritze. Diese Giftspritzen. Und was macht die USA jetzt? Und die Lösung war so eine Art riesiger Roboter-Greifarm, der den Kopf nimmt und so abdreht. Also nicht abschneidet, sondern so abdreht und dann nach oben auf so ein Tablett legt und dort wird noch mit einem riesigen Hammer draufgehaut, damit er sicher sofort tot ist und nichts mehr mitkriegt. Das war so das Setting und das wurde mehrmals sehr grafisch dann in seinem Art Render-Video gezeigt und dazwischen dann wieder immer die Nachrichtensprecherin, die so leicht schockiert, aber professionell in die Kamera zeigt. Und ich habe es dann wirklich erst gemerkt, wie dann so ein Interview war mit so Leuten, die der Exekution beigewohnt haben, die dann in so ganz blutverschmierten Mänteln waren. Und da habe ich dann gedacht, okay, das ist jetzt so Tiere. Und zuerst hat sie mich echt so gerissen und habe gedacht, nein, das gibt es nicht. Die Armys, man traut ihnen ja alles zu, nur mit Exekutionstechniken und so. Und ja, Onion.com, Volltreffer. Aber ein sehr trauriges Thema. Ja, jetzt ist die Stimme. Dann bringe ich uns ein bisschen in Weihnachtsstimmung. Ach, ich bin jetzt in guter Laune. Ich habe, das werde ich nur ganz kurz bringen, aber es hat mir so gut gefallen. Ich habe letzte Woche, war ich erkrankt und hatte ein bisschen Zeit und habe mir deswegen auf Amazon Prime eine Miniserie der BBC angeschaut, basierend auf einem Roman aus dem Jahr 2004, geschrieben von der, ich glaube, britischen Autorin Susanna Clark. Das war ihr erstes Werk und ein großer Erfolg. Der Roman hat geheißen Jonathan Strange and Mr. Norrell. Und das ist ein sogenannter Alternative Reality History Roman. Und die Serie besteht aus 10 Folgen und spielt in so einem Dickens-England, also England, 19. Jahrhundert. Eine Stilisierung? Ja, genau. Die ist ein bisschen Steampunk-Kick im Buch mehr. Also ich muss ja eigentlich davor sagen, ich war, wie ich mir das angeschaut habe, muss ich dich vielleicht dann auch in Schutz nehmen, weil ich dich immer so beim Spoilern niederdrücke. Ich habe mich bei dieser Serie komplett gespoilert, weil ich habe vorhin einen Podcast angehört. Über die Serie. Über dreieinhalb Stunden, den ich sehr gerne habe. Also das Podcast heißt Spoiler-Alarm, wo ich zwei Leute unterhalten, zuerst die Handlung erzählen und dann noch einmal genauso lange Interpretation liefern über die Handlung. Und dann warst du so angefixt, dass du jetzt auch den Film zum Podcast sehen hast. Genau, richtig. Ich bin dann einfach im Programm drüber gestoppt und habe gedacht, ach, das siehst du, das habe ich doch wirklich gehört. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich mir eine Serie angeschaut. Und die ist aber auch wirklich, wenn man schon über das Buch gehört hat, sehr gut umgesetzt. Also England, 19. Jahrhundert. Es gab in diesem England Magie, aber gibt es schon seit 300 Jahren nicht mehr zu dem Zeitpunkt. Es gibt so nach dem oft rund. Es gibt allerdings so Zauberclubs. Da treffen sich so Gentlemans und werden hüten und haben Anzüge und so und unterhalten sich über Zauberei und haben so kleine Bibliotheken, Zauberbücher, die halt. Die Zauberei der alten Zeiten irgendwie so dokumentiert. Das sind aber so, sozusagen, wie nennen sie es, Theoretical Magicians. Also reine Theorie. Sie bringen nichts an. Das Zaubern ist sogar verpönt. Das ist ein Ding, der Vagabunden, der Gaukler. Das ist was Zwielichtiges. Ein echter Gentleman oder ein echter theoretischer Magier, der setzt sich damit in Büchern auseinander, diskutiert fein im Gentlemans-Club und geht dann wieder nach Hause. So kommt es aber eines Tages, dass es jemanden gibt, den Mr. Norrell, der tatsächlich anscheinend zaubern kann. Und ein Zauberclub in Yorkshire, der lässt sich diese Fähigkeiten unter der Bedingung, die müssen Sie vorher unterschreiben, dass Sie selber Ihren Club auflösen und sich nicht damit Magie beschäftigen, lassen sich diese praktischen Fähigkeiten vorführen. Und ja, klar, dieser Mr. Norrell in einer Kathedrale zaubert er so vor sich hin und lässt dort die Steinfiguren zum Sprechen anfangen und alle sind jetzt überzeugt von seinen magischen Fähigkeiten, dass die auch echt sind. Und Mr. Norrell ist ein ziemlicher Eigenbrötler, will eigentlich nicht wirklich, dass das Wissen an die Öffentlichkeit gelangt, aber er kann es auch nicht ganz lassen. Er möchte der Magie zu Ansehen, zum neuen Ansehen verhelfen, nämlich der praktischen Magie. Und das würde sich da besser anbieten, als im Dienste dem englischen Staat einzutreten und den Englern dann ein bisschen im Kampf gegen die Franzosen zu helfen. Es ist gerade Krieg. Als Zauberer, es ist gerade Krieg, genau. Und ja, er zieht das zu diesem Club nach London und mit Langmuir schafft das auch dort irgendwie an Seite für Englisch zu kämpfen. Es taucht dann im Laufe der Handlung auch ein zweiter Zauberer auf. Einer, der nicht so wie der Mr. Norrell so ein akribischer Wissenssammler ist, also der Mr. Norrell muss man auch wissen, er hat eine riesengroße Sammlung und hält sich streng an seine Bücher und hat einen sehr, sehr gelehrten, wissenschaftlichen Zugang zu dieser ganzen Sache, der Jonathan Strange. Und der Jonathan Strange hat ein bisschen Wissen schon, aber eigentlich macht er alles mehr nach Gefühlen. Mehr so ein Praktiker. Genau, so ein Praktiker und zaubert halt auch zusammen. Und da kommen sie drauf, der kann auch zaubern und der wird dann so in die Fittiche von Mr. Norrell gegeben, sozusagen zu dem in die Ausbildung geschickt. Und diese beiden Gemüter, wie man sich vorstellen kann, der eine, der irgendwie sehr vorsichtig und bedacht ist und der andere, der wild drauf loszaubert, die vertragen sich dann nicht so gut. Da kommt das dann immer wieder zu Konflikten. Und ohne zu viel über die Handlung zu verraten, es entwickelt sich dann halt eine Serie von Ereignissen, die die ganze Zauber-Szene und die ganze Magie in England verändern soll. Und es geht sehr viel um die Freundschaft, aber auch um die Rivalität und den Kampf zwischen dem Mr. Norrell und dem Jonathan Strange. Und mir hat diese Idee, also ich bin ja nicht so der Harry Potter-Zauber-Fan oder so, aber dieses Setting auch, da Mr. Norrell möchte eben auch die Zauberei in ein modernes England eintreten und das war sehr interessant. Ich fand diese Prämisse sehr interessant. Aber es ist für Erwachsene, es ist nicht für Kinder. Es ist definitiv nicht für Kinder, ja. Es ist aber in einer sehr aufwendig produziert. Also die Ästhetik ist halt wirklich, muss sich eigentlich vor dem Film nicht verstecken. Es hat zehn Episoden, es ist sehr überschaubar. Und das ist eine der Miniserien, wo ich mir gedacht hätte, vor, da hätte ich das jetzt kurz vor Weihnachten oder zwischen Weihnachten und Silvester wäre das wahrscheinlich ideal gewesen. Und ich habe mir fast noch mehr Folgen gewünscht davon. Weil das Setting so schön war und die Handlung so schön war. Ja, richtig, genau. Und weil es mal was anderes war, kann ich empfehlen. Und kommen auch Frauen vor oder Intrigen oder Gefechte? Also es kommt dann, also man kann eines vielleicht so ein bisschen andeuten, es nimmt so ein bisschen das Unglück seinen Lauf, als der Mr. Norell vom Premierminister oder einem sehr hohen Politiker, dessen Frau ist gestorben. Und der Mr. Norell wird gebeten, diese Frau wieder zurückzuholen. Klassiker. Ja, er holt dafür, beschwört davon, dafür dann einen Elfen aus dem Zauberreich, der schon lange irgendwie geschlafen hat, irgendwie hervor. Und der macht mit ihm einen Pakt. Das heißt, die Hälfte der Zeit bekommt sie. Die andere Hälfte ihrer geschenkten Lebenszeit gehört ihm. Und man kann sich schon denken, dass das Karkurda-Pakt ist und daraus entstehen jede Menge Probleme und so entwickelt sich das Ganze auch. Wirklich sauber gemacht, wunderbare englische Schauspieler, Mimik. Und ich habe es nicht gekannt. Also ich habe es nicht gekannt. Ich habe die erste Folge angefangen, also dann ab der Hälfte abgebrochen, haben gesagt, so jetzt hole ich mir Gesellschaft her, weil das kann ich nicht alleine schauen. Und dann haben wir es, glaube ich, zu dritt oder so, haben wir alle zehn. Das Binge-Watching. Und wie heißt der Name jetzt nochmal für die ganze Serie? Also das ist Jonathan Strange and Mr. Norell. Okay. Eine absolute Empfehlung. Und vielleicht das Buch auch. Ja. Ich hätte auch nur eine englische Serie. Ja, sprich, sprich. Und zwar eine Serie, die schon etwas älter ist, die es auch schon auf Blu-ray gibt. Und zwar auf Englisch The Prisoner. Falls dem jetzt sagt, die Serie war scheiße, ich meine das Original aus den 60er Jahren. I'm not a number. I'm a free man. Richtig, genau. Schön. Ja, lass nachziehen. Du wirst das gleich. Oder Nummer sechs heißt sie auf Deutsch. In den Simpsons auch oft parodiert. Und die Serie ist einfach himmlisch genial. Es geht darum, dass ein Mann, der beim Geheimdienst tätig ist, als Agent, sagt, er hört jetzt auf und geht nach Hause und wird entführt. Auf eine Insel. Oder nicht auf eine Insel, sondern in das Dorf. The Village. Und dort bekommen alle Personen einfach nur Nummer. Und er ist Nummer sechs. Und es gibt auch eine Nummer zwei. Eine Nummer eins sieht man nicht. Und die Fragen, die sich stellen dem Zuschauer. Die Serie besteht nur aus 16 Folgen, glaube ich. Oder 13. Ich weiß gar nicht mehr. Wer ist Nummer eins? Und wieso ist er dort? Wieso hat er seinen Job niedergelegt? Und was hat es sich mit diesem The Village oder das Dorf auf sich? Das sind die zentralen Fragen, die sich schon in der ersten Folge stellen und bis zum Ende der Serie aufrechterhalten werden. Die Serie ist wirklich sehenswert. Wenn man die Serie anschaut, zuerst einmal fällt einem nicht auf, dass die Serie aus den 60er Jahren stattfindet. Die Serie wurde nämlich damals mit richtig guten Kinokameras in Farbe gedreht. Cool. Obwohl das noch gar nicht gang und gäbe Serien war. Wurden bis dahin eigentlich noch immerhin schwarz-weiß gedreht. Und ich habe die auf Blu-ray, die Bildqualität ist astrein. Also damals wurde schon in HD gedreht. Das Einzige ist, dass das Bildformat 4 zu 3 und nicht 16 zu 9 ist. Und ansonsten ist das HD-Qualität. Die Leute haben nicht so auffällige Rüschchen hinten oder unmögliche Kleidung. Das ist alles so modern. Das ist unglaublich. Die Serie hat so einen Charme. Ja, ein bisschen sieht man die Zeit schon. Aber du hast schon recht. Die Leute und das ganze Setting ist einfach so artifiziell. Dieses Dorf, da fahren sie nur mit so Golf-Wegchen rum. Und alle sind so strange drauf. Auch 70er-Jahre, auch ein bisschen LSD-geschmängert, muss man sagen. 60er-Jahre. Also kommende 70er-Jahre zeichnen sich definitiv schon ab. Also Traumserie auf jeden Fall. Und da gibt es ja dann diese Gefahr, die immer lauert. Wie nennt es sich nochmal? Im Englischen hat es keinen Namen. Auf Deutsch hat das Ding Namen bekommen, nicht vergessen. Diese weißen Blasen. Ja, genau, richtig. Es gibt eine Gefahr. Ja, das ist sozusagen ein Wächter in diesem Dorf, der gerufen werden kann. Ein weißer, riesiger Gummiball. Ja. Und es ist wirklich interessant, wie das Ding war. Ursprünglich hatten sie gedacht, sie nehmen einen Roboter mit Greifern und so weiter. Sie hatten aber Probleme. Das Ding steuern ging nicht. Das Ding war fix und fertig. Aber sie hatten nur Probleme. Und dann nehmen sie einen Ballon mit Wasser drin, an einer Schnur gezogen. Und damit man die Schnur nicht sieht, wird alles immer nur rückwärts gedreht. Und deswegen dürfen in den Szenen sich keine Personen bewegen, weil sie sich ja sonst später rückwärts. Deswegen erstarrt alles sofort, wenn dieses Ding ins Bild kommt. Es ist alles starr. Und erst wenn der Ballon weg ist, dann können sich wieder alle bewegen. Und es ist so genial, natürlich. Ja, besonders der Hauptdarsteller. Ich finde, wenn man so einen Oberbegriff Trotz irgendwo stehen hat, dann ist das dieser Schauspieler für mich. Weil sie versuchen es in ein Teil teilweise natürlich irgendwie so durchquälen und foltern ein bisschen. Aber sie wollen ihn auch so ein bisschen integrieren ins Dorf und so Liebe tun. Und wollen sie ihn zum Beispiel mal wehen lassen zu irgendeiner Position im Dorf und so. Und er spielt ein bisschen mit, aber er ist die ganze Zeit immer so grantig und haut da zwischendurch so die Sachen, die es in der Hand drücken, weg. Und dann schreit er eben, I'm not a number. I'm a free man. Und er ärgert sich einfach so. Und das ist so wunderschön zu beobachten. Das ist ein Traum. Zu dem Schauspieler habe ich auch noch ein paar interessante Informationen. A. Bevor überhaupt Jean Connery James Bond spielte, hat er einen Geheimagent in einer anderen Serie gespielt. Die wurde damals noch in Schwarz-Weiß aufgezeichnet. Manche bezeichnen es auch als die Vorhergängerserie zu Nummer 6, beziehungsweise The Prisoner. Ach so, übrigens, sein Name ist auch nicht bekannt. Und man vermutet einfach nur, dass er einfach derselbe... Aber wer ist jetzt der Schauspieler, Sven Connery, oder...? Nee, das ist... Ah, er ist ein Mac... Kennt man den, oder...? Man könnte ihn kennen... Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ich weiß nicht. Okay, okay. Ein ziemlich guter Schauspieler jedenfalls. Er wurde vor Jean Connery überhaupt gefragt, ob er James Bond spielen möchte. Und später noch einmal. In beiden Fällen hat er gesagt, weil er erstens nicht mit Frauen irgendwas zu tun haben wollte. Nicht mit Alkohol, nicht mit Zigaretten. Und deswegen hat er jedes Mal Nein gesagt. Der Mann hat Prinzipien. Ja, er hat ja Prinzipien. Und in der Serie kann man sich daher vorstellen, nicht geraucht, kein Alkohol. Und mit Frauen hat er auch nichts. Wirklich von mir eine Empfehlung. Der Schauspieler ist wahnsinnig gut. Er hat leider später wirklich kaum noch irgendwelche schauspielerischen Rollen. Also The Prisoner. Ja, The Prisoner. Aber es ist original. Die neue Verfilmung ist wirklich nicht so doll. Die hat eher was von Lost. Und Lost ist eigentlich nur ein billiger Abklatsch von Nummer 6. Gut. Eine Stunde 35. Ich glaube, wir könnten doch langsam... Ja, dann lasse ich die Aufklärung für nächste Mal. Stimmt, Aufklärungsregend. Ja. Will sich jemand schlecht fühlen? Kommst du nächsten Dienstag, kommst du nicht, oder? Nein, da komme ich nicht. Schlecht fühlen, wollen wir uns schlecht fühlen? Schöner Abschluss zum Podcast. Ja, lieber einen schönen Abschluss. Da habe ich noch ein ganz kleines. Morgen ist Star Wars Premiere. Also für uns morgen. Und ich werde auch hingehen. Mal schauen, vielleicht mache ich ein paar Interviews. Und dann knall ich mich noch hinten dran, wenn ich fache. Kannst du die uns schicken dann oder am Server liegen? Ja. Ansonsten gibt es die nächste Woche. Oder wenn keiner sagt... Also schnippeln tust du trotzdem, oder? Ja, ja, schickt es mir. Ich schnippel. Okay, also gut. Ansonsten, unser Angebot steht, Stefan. Wenn Sie nächsten Dienstag etwas erleben wollen, kommen Sie zum Biertaucher-Podcast. Es gibt ein Heferl. Und gutes Essen vom Karib. Gut, schön war es. Ich bedanke mich. Ich habe ein erfülltes Podcast-Jahr 2015. Das heißt, dich hört man erst 2016 wieder? Ja, genau. Mich auch. Gut. Aber wir geben noch nicht auf. Wir geben noch nicht auf. Wir senden für jede Woche. Wir tauchen weiter. Durch Weihnachten und durch Silvester. Wobei ich glaube, nach Weihnachten lassen wir dann auch eine aus, weil wir in... Oder sehen wir in Hamburg, wo man die einfach aufnimmt. Produzieren können wir sicher. Wir produzieren es, aber da müssen wir schauen, wie man es... Schneiden können wir ja. Okay. Das schaffen wir schon ein bisschen. Schalten wir mal aus, ne? Ja. Bis dann. Bis dann. Tschau.